Ein Korn gleich eine Überstunde. Insgesamt sind es 44.500 Überstunden, die hier an der BG Tübingen zusammengekommen sind. Bundesweit beteiligen sich heute am Tag der Pflege 100 Einrichtungen an dieser Aktion. Beschäftigte aus Krankenhäusern und Einrichtungen der stationären Pflege fordern zusammen mit Verdi verbesserte Arbeitsbedingungen. Mehr Personal, gesetzliche Personalbemessungen und Schluss mit den Überstunden, nicht nur in der Pflege. Die Überstunden würden sich häufen und trotzdem sei die Arbeit nicht zu schaffen. Es reiche nicht nur davon zu sprechen, die Altenpflege im Land zu verbessern. Man müsse auch das notwendige Geld dafür in die Hand nehmen, heißt es auf dem Aktionstag.